Die Kinger sind die Einfachsten noch, ne? Wobei der Dings ist richtig assi, der kriegt first, weil er einfach so viel Energie hat. Da hast du echt erste Prioritäten nicht treffen lassen, wenn du gegen den kämpfst. Da hast du an der Berserker nicht so gut gegen ihn. Ich bin hier immer gegen den Berserker. Echt? Berserker habe ich doch auch im normalen, in der Story ganz easy platt gemacht. Nee. Überleg mal, da haben wir zu zweit hantiert. Ich habe den auch alleine schon platt gemacht. Fuck, wieso hat der denn... Ich habe mich schon wieder damit gekriegt, ey, das hat man nicht wahr. Bist du platt? Nein. Nee, ich bin aber getroffen worden. Fuck. Scheiße. Schon wieder damit. Ah! Mann, er will weg. Scheiße, das lass ich doch noch weglaufen. Den habe ich. Nee, du bist schon. Der Fick hier kann wieder verliebt werden. Scheiße, der holt ja noch die Heilung, der sagt. Fuck, geil, geil, geil. Hat einer gekillt durch das Runterrutschen. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Oh nein, und ich werde hier überrascht vom Oroshi. Fuck, da, Fick dich! Ha! Das war witzig, da kam was. Du bist ja runtergerutscht gekommen, ey. Das war jemand an. Das war die hier. Die kam gerade runter, während ich dem hinterher wollte, und dann hat sie ihn runtergekickt und er war tot. Sehr schön. Also von der Leiter. Ah, jetzt habe ich den Oroshi, der ohne Helm. Der ist sehr gemeine, ne? Ja, einer von denen macht halt immer diese scheiß Parade da mit dem. Ja. Oh fuck, die machen aber beide. Ich bin so gut wie tot. Ich habe noch einen Balken. Fuck, von mir gibt es nichts zum Eilen. Ja. Ja, gut, gut. Ach, die müsste man ja auch in die Falle locken können. wenn die runterfallen sind ja auch tot hier scheiße die beleben wieder nein sauber ich hab den ich will wieder du hast ja dann lieblich so kämpfen gut kommen kommen wir müssen noch zwei runden wenn du schwerer die runden sobald einer sein einzelkampf verliert dann lieber laufen wenn du nicht schaffen solltest die haben auch so viel energie damit macht traden keinen sinn das sind die wikinger prädestiniert zum traden kann der berserker einländer und hab ihn du lebst aber noch ich sehe ich sehe ich so lange dass ich schon mal die schießen die kassen dann komme ich ich habe jetzt sauber müssen wir noch einen kriegen und wir schaffen zu viel da kämpfen wir hat einen von unseren gekillt scheiße nicht ist der wiederbelebt ja ja ich weiß es nicht ich weiß es nicht da hat er einen wiederbelebt aber gut kann man sich keine mehr holen was soll es aber und wie findest du jetzt eigentlich berserker mit dem neuen setup also stärker geworden voll geil das ist so geil ich finde es total mega ich finde besser als die schamanen oder ähnlich ähnlich auf gleichem niveau jetzt runde 4 lässig anders spielen voll voll scheiße da bin ich natürlich direkt reingefallen und so gut wie tot jetzt laufen da gibt es nicht die scheiße ich bin tot alter ich wollte in die falle locken scheiße wenn wir jetzt verkacken ist nur ein fehler fuck oh Gott drei gleichzeitig oder fast gleichzeitig heute die zwei einer lebt noch friedenshüterin war nie schlecht dies hat von den meuchlern so ziemlich die einfachste ne ja 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 sauber 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 so mit vielleicht noch eine chance dann müssen wir die anderen auch wiederbeleben ich bin die wohl nicht wiederbelebt ja sauber die hat's drauf und in die schuhe ah da kommt verstärkung die lässt sich da jetzt alleine du musst da weg du musst da weg die versucht noch wieder zu beleben das wird aber zu engen das schafft die nicht mehr glaube ich ne krass der eine ist schon fast tot ja ja du hättest du hättest gift am stab pass auf da kommt da von der seite der andere gegen die 30 war ich gut geschlagen doch die können sich wiederbelebt werden doch die könnte ich wiederbelebt das heißt wenn die in einen killst du dann macht jetzt platz also da brauchte ich gar nicht wiederbeleben nein geile zurückgestoßen ja 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 lasst ihn nicht den scheiß machen das hätte sie schaffen können egal jetzt wird es nur schwerer er verflucht mich auch noch er sagt er verliert sich meine klingel nein wo macht er viel schaden mit einem treffer ich habe den ich habe jetzt ein bisschen den trick benutzt ich habe den eingeengt immer an die leichter leichter ansprung schwerer schlag mega gute combo wenn den eingeengt hast da kommen die bots nicht gut drauf klar normaler spieler wird das dann checken dann spieler wird es halt checken irgendwann was da abgeht hinter dir also hinter den scheiße wieso ich bin dabei scheiße habe ich keine ausdauer das schmeißt nicht zu boden egal ich habe ein schild ich komme nicht da vorbei ich versuche jetzt um landen laufen ja geil es ging durch die hast du gekauft oder was geht diesmal war ich nicht erster schade aber dieser bist du erster jahr merken wir den berserker mit dem panzer nicht spielen das ist voll die belohnung geil das ist voll die das ist voll die schweig die